Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, China, steuert auf die niedrigsten Wachstumsraten seit 25 Jahren zu. Und auch heute gab es eigentlich keine guten Nachrichten aus dem Reich der Mitte. Denn die Exporte sind jetzt schon den sechsten Monat in Folge rückläufig gewesen. Im Monat Dezember gingen die Ausfuhren um 1,4 Prozent zurück. Allerdings, und das ist hier eben der entscheidende Punkt, hatten Ökonomen sogar mit einem Einbruch, mit einem weiteren Einbruch um 8 Prozent gerechnet. So schlimm kam es dann doch nicht. Und insofern sehen wir an den Aktienmärkten sogar ein leichtes Aufatmen. Deswegen stützt das heute zum Beispiel auch den deutschen Aktienmarkt, der nach der gestrigen Erholung auch heute die Aufwärtstendenz fortsetzen kann. Wir wollen aber auch nochmal ein Update vornehmen zum Ölmarkt. Denn dort war ja am gestrigen Abend der Preis für ein Fass der US-Leichtöl-Sorte WTI erstmals seit dem Dezember 2003 unter die 30 US-Dollar-Marke gerutscht. Mittlerweile haben sich die Preise aber wieder ein wenig stabilisiert. Ein Fass der Sorte WTI zur Auslieferung im Februar kostet jetzt 31,35 Dollar und ein Fass der Sorte Brand zur Auslieferung im Februar 31,71 Dollar. Aber folgt man Analysten, dann stellt man fest, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Zahlen gab es heute von Südzucker. Und dabei konnte festgestellt werden, dass das Unternehmen zunächst erst einmal die eigene Prognose bestätigt hat. Demnach erwartet man beim operativen Ergebnis eine Bandbreite zwischen 200 und 240 Millionen Euro für das laufende Geschäftsjahr. In den ersten drei Quartalen, also vom 1. März bis 30. November 2015, konnte hier ein operatives Konzernergebnis von 198 Millionen Euro eingefahren werden. Im Vorjahr waren es 174 Millionen Euro. Aber weil man in der Sparte Zucker hier deutliche Ergebnissrückgänge erwartet, ist die Aktie jetzt sehr unter Druck geraten. Mit 6,5 Prozent liegt sie minus bei 15,52 Euro. Kommen wir zu unserem Marktüberblick. Stärkste Gewinner im DAX nach einer Analystenempfehlung sind die Versorgertitel E.ON und RWE mit Aufschlägen von 5 beziehungsweise 3,8 Prozent. Gefolgt von den Autotiteln BMW, Daimler und Volkswagen mit Aufschlägen zwischen anderthalb und 2 Prozent. Der deutsche Aktienindex liegt bei 10.140 Punkten mit 155 Zählern oder 1,5 Prozent im positiven Bereich. Der Dow Jones Index, der schloss gestern in New York mit 0,7 Prozent im Plus. Euro liegt mit 0,2 Prozent leicht schwächer im Markt. Und die Feinunzel Gold verbilligt sich aktuell um 0,4 Prozent.